Ja, historischer Tag heute. Vor genau vier Jahren hat das hier angefangen mit YouTube. Da habe ich mein Videoli hochgeladen zur Tagheuerohr. Es war noch Schweizerdeutsch und es war unglaublich kurz, aber sehr viele haben mir dann geschrieben, wir wollen mehr Videos und wir sehen ja alle, wie das geendet hat, mit diesem YouTube und mir. Nein, ich habe natürlich Riesenfreude daran bekommen, aber der heutige Tag ist nicht nur aus dem Grund historisch. Für mich natürlich nicht welthistorisch, um Himmels Willen. Nein, aber er hat noch eine andere historische Bedeutung. Es ist nämlich jetzt exakt ein halbes Jahr her, seit Apple damals am 12. September letzten Jahres die Apple Watch Ultra 2 vorgestellt hat. Ja, die da hier, praktisch jeden Tag an meinem Arm. Ich vermute sogar die meistgetragene Uhr bei mir, mehr noch als die Omega und alle anderen Uhren. Ja, die Apple Watch Ultra 2. Zeit für eine Langzeit-Review, Langzeit-Fazit. Und mit Langzeit-Fazit ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich habe mir dann überlegt, ja was war jetzt eigentlich nochmal neu an der Uhr? Ich habe auch den Kollegen Frick noch gefragt, bevor ich hier angefangen habe aufzunehmen. Er hat gemeint, er habe auch total vergessen, dass es Neuerungen gibt. Es ist einfach die neue Ultra und was schreibt er noch genau? Akku Top, Fingerschnipselzeug, Flop, hat er geschrieben. Ganz so weit würde ich nicht gehen mit dem Fingerschnipselzeug, aber machen wir das Ganze ein bisschen geordneter. Ich habe es auch schon so gemacht bei Langzeit-Review, dass wir auf die Apple-Webseite gehen und das durchgehen, was Apple besonders bewirbt bei einem neuen Produkt. Aber ich bin dann da bei der Ultra 2 auch wieder durchgegangen und das ist eigentlich praktisch alles, das zählt wie bei der Ultra 1. Klar, der Prozessor ist neu drin. Darum habe ich mich noch ein bisschen besser vorbereitet und das hier fabriziert. Schauen wir lieber Hochformat. So, dann sind wir so ein bisschen größer. Genau, die genauen Details und Unterschiede zwischen der Ultra und der Ultra 2. Gehen wir doch die Punkte zusammen durch und schauen, was im Alltag wirklich auffällt und was halt im Alltag nicht angekommen ist. Was im Alltag sofort auffällt, ist das neue Zifferblatt, das Modular-Zifferblatt. Das mag ich außerordentlich. Ich habe immer dieses Minimale hier. Aber wir müssen jetzt nicht über die Zifferblätter sprechen. Wir gehen die Punkte durch. Größe ist identisch. Der Bildschirm ist nochmal heller. 3.000 Nits versus 2.000 Nits. Ganz ehrlich, es gibt immer Leute, die mir schreiben, sie sehen das. Ich wüsste jetzt. Wie gesagt, ich habe mich nicht mehr daran erinnert, dass sie jetzt heller ist. Sie ist einfach super abzulesen, aber das war die erste auch schon. Also, das macht keinen großen Unterschied. Flaches Display mit Saphir-Glas kennen wir. GPS-Cellular haben beide. Das, da ist natürlich immer noch spannend. Der S8-Chip und der S9-Chip. Damals habe ich ja schon gesagt, das ist vermutlich der Schläferhit dieser S9-Chip. Da kommen dann neue Funktionen, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Und ja, nach einem halben Jahr ist noch nichts davon da. Also, da müssen wir wohl die WWDC und das nächste WatchOS abwarten, bis sich da was tut. Vielleicht kommen sie dann wirklich weiter auseinander wegen diesem Prozessor. Aber im Moment ist es wirklich nicht so, dass dieser Prozessor wahnsinnig viel macht, was wir jetzt im Alltag feststellen würden, was die andere Uhr nicht gekonnt hätte. Also, da bin ich immer noch sehr gespannt darauf, ob sich da noch was entwickelt, ob da noch was kommt. Dann, ah, da haben wir es. Genau, Digital Chrome mit haptischem Feedback, Action-Button, Siri. Und bei der neuen gibt es eben noch, ja, die Seitentaste hatte die natürlich auch. Das haben sie einfach da reingeschrieben. Und wenn das spannend ist, das Doppeltipp-Geste, was der Kollege Jean-Claude als Fingerschnipselzeug bezeichnet hat. Ja, es geht einfach darum, dass man halt jetzt so mit Schnips dadurch Sachen durch kann. Ich habe mich damals in der Review ja schon ein bisschen schwer getan, weil es ein bisschen, es ist halt die Light-Version von Assistive Touch, was ich viel lieber nutze. Aber ich habe es jetzt extra drin gelassen und auf Assistive Touch verzichtet, dieses halbe Jahr lang. Und manchmal funktioniert es gut mit diesem Fingerschnipselzeug, manchmal nicht. Und meistens funktioniert es einfach gar nicht. Ich finde, es ist viel zu wenig konsequent in WatchOS 10 drin. Es passiert so häufig, dass ich Doppelschnipse und dann passiert nichts. Also, da bin ich ein bisschen ernüchtert, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hoffe ich mir sehr, sehr viel von WatchOS 11, was dann hoffentlich das alles besser macht. Also, ja, ich sage es ungern, aber der Kollege Jean-Claude Frick hat da auch recht mit dem Fingerschnipsel. Es könnte so grossartig sein, aber es ist einfach noch zu wenig konsequent. Und man macht es mal und dann passiert nichts oder dann funktioniert es nicht. Es gibt ja immer die Geste, da wackelt die Hand obendran und es passiert nichts, was einfach heisst, nein, hier geht es halt nicht und dann nutzt man es halt dann nicht mehr so wirklich. Dann die Sensoren sind dieselben. Herzdings auch. International, Notrufe, genau, Sturzerkennung. Wasserdicht sind sie 100 Meter, Sportauchen 40. Dann die ganzen IP-Dings, Ratings. LTE, Bluetooth, GPS, zwei Lautsprecher. Das ist noch interessant, aber im Alltag auch völlig irrelevant. Die Zweier hat 64 GB Speicherplatz und die Einer hat 32. ist mir jetzt im Alltag ehrlich gesagt auch nicht aufgefallen mit der Uhr. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, im Alltag anhand der Tech-Specs merke ich keinen Unterschied zwischen der Ultra 1 und der Ultra 2. Auf sehr, sehr hohem Niveau wohlgemerkt. Es ist nicht so, dass ich die Ultra 2 nicht gut fände, aber der hellere Bildschirm, das neue Schnipps-Dings, was Assistive-Touch ja nicht abgelöst hat, aber Mainstreamiger gemacht hat, macht es für mich jetzt auch nicht besser als Assistive-Touch vorhin. Beim Akku bemerke ich im Alltag auch keinen Unterschied und dass sie jetzt mehr Speicher hat, ist mir auch nicht aufgefallen. Aber etwas haben wir damals schon in der Review gesagt und sind auch schon sehr häufig darauf rumgeritten, was an der Ultra 2 so viel besser ist als an der Ultra 1, ist die Krone. Das Drehrädchen, wie man es auch nennt. Das hat mich an der Ultra 1 immer gestört. Das Drehrädchen hat sich mit meiner Handkante verkantet und es hat keinen Spaß gemacht, an diesem Rädchen zu drehen. Und der Apple hat ja kein Wort dazu verloren, ob das jetzt was Neues ist und da haben wir dann mal recherchiert und herausgefunden, ja, es ist eine neue Krone und das macht wirklich für mich den, es ist wirklich ein bisschen peinlich, aber der größte Unterschied für mich im Alltag mit der Ultra zur Ultra 2 ist die Krone, die jetzt einfach so viel besser ist. Da habe ich ja auch schon ein separates Video dazu gemacht, wo ich es erklärt habe, dass die Krone jetzt anders ist und da haben wir auch ein bisschen amateurhaft nachgemessen und amateurhaft recherchiert. und dann habe ich Post gekriegt. Und ich muss euch das mal zeigen, was ich gekriegt habe. Ihr werdet es nicht glauben. Ich bin völlig ungläubig. Vor meinem Computer habe ich gesessen, als ich gesehen habe, was da per Post kam. Schaut mal. Ja, wir schauen uns nachher in allen Details an, keine Sorge. Der Drago, der hier auch fleißig mitschaut, arbeitet bei einer Firma, die professionell messen kann und die nötigen Geräte hat. Und er hat uns alles professionell vermessen. Meine Güte, ich bin fast ausgeflippt, als ich das gesehen habe. Ich hätte es euch am liebsten am ersten Tag gleich gezeigt, aber ich dachte, komm, wir warten auf die Halbjahres-Langzeitsreview der Ultra 2. Also, was hat er rausgefunden? Wir sehen gleich ganz viele Vergleichsbilder. Ja, er hat halt professionell gemessen und muss feststellen, die Unterschiede sind zwar messbar, aber kaum fühlbar, schreibt er. Und die Krone ist minimal kleiner bei der Ultra 2. 9,2 versus 9,3 Millimeter. Und der größere Unterschied ist die Form des Ringes. Ja, er hat sogar den Ring vermessen. Also, schauen wir es uns an, was er gemacht hat. Er hat eine Ultra 1 und eine Ultra 2 da reingehalten in ihr Messgerät. Man sieht sofort, wenn man es so schön nebeneinander sieht, bei der Ultra 1 ist der Ring grösser und geht irgendwie ein bisschen weiter an den Rand raus, bei der Ultra 2 ist der Ring kleiner. Kein Wunder, müssen die netten Leute von der Firma, da die diese Kleberli machen, neue Kleberlis machen, um die orangen Ringe zu überkleben. Übrigens, jemand hat mir geschrieben, die Firma gäbe es gar nicht mehr. Das tut mir sehr leid, weil die Leute da waren sehr, sehr nett, aber wollten wohl nicht allzu viele Leute ihre orangen Ringe überkleben. Da seht ihr, da hat er alles vermessen. Das ist einfach verrückt. Ja, ich kann mich an sowas nicht satt sehen. Und dann, ah, hier haben wir es noch ein bisschen größer, genau. Hier sieht man den Umfang. Und, was er eben auch geschrieben hat, gehen wir da nochmal zurück. Bei der Ultra 2 sieht er eine andere Bauweise mit radialen Kreisen. Und schaut mal, man sieht es tatsächlich. Fangen wir hier an. Das da ist die Ultra 1. Das da ist die Ultra 2. Machen wir es grösser, sieht man es besser. Wo nehmen wir es da? Ja, schaut mal, diese Qualität, das ist einfach verrückt. Das da ist die Ultra 1. Das da ist die Ultra 2. Seht ihr, da hat so Ringe drin, das ist anders gefräst. Oder hergestellt. Keine Ahnung, wie sie das machen. 1, 2, 1, 2. Ich seht hier da die Furchen. Ganz, ganz spannend. Also wirklich ein anderes Herstellungsverfahren. Ich kenne mich da zu wenig aus. Auf jeden Fall unglaublich spannend, sich das anzugucken, was da die Unterschiede sind. Wenn man denkt, ich hatte sie einfach damals im September am Arm und dachte, die Krone fühlt sich anders an. Und jetzt ein halbes Jahr später haben wir Mikroskopansichten dieser Krone und wir sehen die Unterschiede. Ja, das ist schon verrückt. Übrigens, beim Knopf fällt einem nichts auf. Aber, was wir auch noch zeichnen können, schnell, wo ich schon auf habe, der Drago hat nämlich, die haben ja auch eine andere Maschine, haben sie noch, wo man Metall messen kann, was es für ein Metall ist. Irgendein Laser bringt da ein kleines Loch, rein und dann wird gemessen, was es halt für ein Metall ist. Und sieh mir da, bei der Ultra haben wir 100%iges Titan. Jetzt dann als Vergleichstest hat das noch bei einem günstigeren Titan-Armband für die Apple Watch hat das auch probiert. Und das ist dann, ist der Titan-Gehalt ein bisschen tiefer. Nein, was für eine Experimentierfreude. Die ist großartig. Da brennt jemand mit dem Laser ein Loch in die Ultra rein, um das rauszufinden. Also ganz, ganz großes Danke im Namen von mir und vermutlich allen, die da draußen noch zugucken und sich auch für solche Details begeistern können. Also ganz, ganz großes Kino-Trago, was du uns da geschickt hast. Und das finde ich auch noch faszinierend. Hat er auch noch geschickt. Das Display. Ja, so schaut das Display der Ultra aus. Sieht man mal, wie da die Pixel arrangierend sind. Gar nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellen würde. Nein, verrückt. Aber ändert natürlich nichts daran im Langzeit-Fazit. Die Ultra 2, die beste Apple Watch, die ich je hatte. Aber die Unterschiede zu Ultra 1 sind jetzt nicht weltbewegend. Darum werden sich viele Leute freuen, die eine Ultra 1 haben und sich befürchtet haben. Oh, Raff, wer kommt da jetzt wieder mit wahnsinnig viel? Nein, keine Sorge. Die Ultra 1 ist immer noch absolut großartig. Und die Ultra 2 ist noch ein ganz klein bisschen besser. Und die Tatsache, dass wir hier mit Mikroskopen zu Werke gehen, sagt ja schon alles. Aber wie gesagt, wir wissen halt immer noch nicht, was mit diesem S9-Prozessor ist. Da kann sich immer noch ganz viel entwickeln und viel, viel mehr draus werden. Aber so wie es momentan ausschaut, ist es einfach auf sehr, sehr hohem Niveau eine noch mal minimal bessere Uhr, die Ultra 2. Und die Frage, die dann jetzt wieder kommt, ist, soll ich mir jetzt eine Ultra 1 kaufen, wenn die ja so viel, oder fast gleich gut ist, aber so viel günstiger? Da sage ich immer, ja, du kannst dir eine Ultra 1 kaufen. Man muss aber schon schauen, dass der Preisunterschied sehr, sehr groß ist. Also wenn es dann nur ein paar, ja, was sagen wir, 1, 200 Euro ist, dann finde ich, lohnt es sich nicht, weil wir eben nicht wissen, was mit diesem Prozessor ist. Gut möglich, dass die Ultra 2 im Sommer oder im Herbst dann plötzlich Sachen kann, die die Ultra 1 halt nicht kann. Vielleicht hat die Ultra 2 dann wirklich die wahnsinnig gute Siri 2.0 und die Ultra 1 halt nicht und dann ist alles anders. Also aufgepasst und, ja, mal schauen. Auf jeden Fall immer noch Höchstnoten für die Ultra 2, auch nach einem halben Jahr. Sie hat sich wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Der Akku ist immer noch großartig. Wie gesagt, ich stehe da nie mit der Stopp oder neben, aber ich lade sie mal nach 24 Stunden, mal nach 12 Stunden, mal habe ich sie auch länger an. Also das hängt ganz davon ab, wie ich unterwegs bin. Ich bin wirklich so viel entspannter mit dem Akku der Ultra 2, als ich das früher mit den normalen Apple Watches war, wo ich halt wirklich jeden Abend immer geladen habe. Aber das wissen wir ja alles auch schon. Also, falls ihr noch Fragen habt zur Ultra 2, immer her damit. Falls ihr fragen wollt, soll ich mir eine Ultra 1 oder eine Ultra 2 kaufen? Ja, ungeniert auch Fragen. Vielleicht habe ich ja noch eine Antwort, über das hinausgeht, was ich jetzt schon gesagt habe. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, Raphael sagt das genau gleich, wie bei der ersten Review. Daumen nach unten. Ja, das ist halt das Dilemma, wenn man damals schon recht hatte. Nein, mit der Zeit hat man halt als Produkttester auch ein bisschen Übung drin und merkt auch nach kurzer Zeit schon, wo es hingeht. Manchmal erlebt man aber auch Überraschungen. Aber bei der Ultra 2 habe ich jetzt wirklich keine Überraschungen erlebt. Die hat sich wirklich genauso geschlagen, wie ich das anfangs vermutet habe. Und wir haben einfach im Verlauf der Zeit ein bisschen mehr erfahren über diese mysteriöse Krone, die sie da hat. Aber mal schauen, vielleicht finden wir ja noch was raus oder vielleicht ändert sich im Sommer dann tatsächlich alles. Darum unbedingt Abo abschließen. Dann seid ihr dann auch wieder mit dabei, wenn wir etwas Neues entdecken an der Ultra. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video und ich würde sagen auf weitere vier Jahre.